Die Affen zum Beispiel trampe in jeder Außenseite als Gemeinschaftsfremdtod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für die Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei den Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter all ausgerechnet Himmler. Getreuste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Goring, ja. Er war korrupt. Immer schon. Speer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist das echt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Ja, vielleicht schon dort! Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Sie bleiben, Doktor. Bitte. Sie und Greim müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dolmitz. Teilen Sie mit. Er soll alles veranlassen, um Himmlers einer verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Hut zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Aber Himmler muss sterben! Er hat Verrat geübt! Ja, und ich hatte Recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweilen. Mein Führer? Ja, glauben Sie, deine Schauer tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmorgsen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Tauschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieg, aber Sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Der Nitz mobilisiert im Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich fälle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereits stehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Kürze, tausende modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen.